Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Wir stellen uns heute der Frage, starten wir in Season 4 mit der Season oder gehen wir in Eternal? Da gab es nämlich einige interessante Meinungen zu, weil mit Season 4 ja keine neue Fähigkeit dazu kommt, wie es in Season 3 war mit dem Sentinel, in Season 2 mit den Vampir-Fertigkeiten oder in Season 1 mit den boshaften Herzen. Gibt es in Season 4 zwar die Questline, aber keine dedizierte Fähigkeit oder irgendeine neue Fähigkeit, irgendein neues Item, was nur in der Season benutzt werden kann. Theoretisch kann man alles, was es in Season 4 neu gibt, auch im Eternal spielen. Deswegen gucken wir uns heute mal an, was die Vor- und Nachteile sind, einmal den Eternal zu nutzen und dann natürlich auch, was die Vor- und Nachteile sind, die Season zu nutzen. Fangen wir direkt mit dem Eternal an, da bin ich ja auch gerade. Eternal hat natürlich einen riesen Pluspunkt, ihr könnt vorarbeiten. Das bedeutet, ihr könnt jetzt reingehen, könnt jetzt in Eternal gehen, alle eure Glyphen, die ihr spielen wollt, leveln, euren Charakter schon so bauen, wie ihr das wollt. Ihr könnt schon Boss-Materialien sammeln, um dann bei den Bossen direkt die neuen Unics sammeln zu gehen. Ihr könnt vorbereiten, dass ihr direkt Level 200er Bosse herausfordern könnt und und und. Außerdem könnt ihr natürlich auch Funken sammeln, um dann sofort Tyraels Macht zu erstellen oder halt ein Charakter so zu bauen, wie ihr das wollt. Ihr könnt also richtig gut vorbereiten. Der einzige Nachteil bei dem Vorbereiten der Items ist, dass zum Season 4 Start alle Items, die ihr bereits habt, zu Legacy-Items werden. Das bedeutet, Items, die ihr schon habt, werden nicht umgeändert. Das heißt, hier meine Klingenplatte bleibt so, wie sie ist und wird nicht auf die neue Klingenplatte umgeändert. Das heißt, ich müsste die erstmal neu suchen. Das ist für Uber-Unics jetzt nicht so interessant, aber ich glaube, es sind auch die wenigsten, die sich um Uber-Unics kümmern. Aber für alle Unics, für alle legendären Items, für die ganzen anderen gelben seltenen Items, die müsstet ihr alle neu suchen, könnt dort also theoretisch nicht vorbereiten. Auch die Materialien, um die Sachen aufzuwerten und auch die Rezepte, die mit Season 4 reinkommen, könnt ihr nicht vorbereiten. Was ihr im Eternal auch nicht habt und ich glaube, das ist der große Vorteil für den Season-Charakter, ist die ganze Season-Journey. Erstmal kriegt man natürlich Materialien geschenkt aus der Season-Journey. Alleine der Funken, das wäre quasi ein Uber-Unic ist, sollte sich da eigentlich schon lohnen. Außerdem natürlich die ganzen saisonalen Segen. Ich hatte das im gestrigen Video euch erklärt, was für Segen reinkommen. Checkt auf jeden Fall nochmal das Video ab, wenn ihr das nicht gesehen habt. Wenn ihr diese Segen hier haben wollt, die hättet ihr dann auch nicht im Eternal. Ihr könnt die ganzen Battle-Pass hier natürlich nicht durchspielen. Also alle da draußen, die vielleicht noch einen Battle-Pass überhaben oder die sagen, ey, dieses Mal werde ich den Battle-Pass durchspielen. Oder vielleicht genug Platin haben, um sich den Battle-Pass zu holen, können das auch nicht machen. Auch die Saisonreise, wo es hier und da coole Gimmicks gibt, hier mit diesen Emblemen, könntet ihr nicht machen. Nachteil hierbei ist dann natürlich, dass ihr auf Level 1 wieder starten müsst, ohne irgendwelche Items, also komplett von Null. Und da müsst ihr dann selber wissen, wollt ihr diese Journey gehen von Level 1 auf Level 100, habt dafür aber die Annehmlichkeit einer Season-Journey, beziehungsweise eine neue Questline und die Segen. Oder wollt ihr direkt auf Level 100 sein und sofort durchstarten. Ich glaube, was auch wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, gerade wenn ihr in einem Clan seid, mit dem ihr spielen wollt, 90% der Leute, oder vielleicht sogar über 90% der Leute, spielen natürlich die neue Season. Das ist so ein Ding bei Diablo, dass wenn eine Season rauskommt, ganz viele Leute die Season spielen. Das war schon in Diablo 3 so, in Diablo 2, so habe ich mir sagen lassen, da habe ich ja nicht viel reingeguckt. Aber wenn eine neue Season rauskommt, dann wird zu 90, 95% Season gespielt. Wolltet ihr also Multiplayer spielen, dann wäre es natürlich auch besser, wenn ihr auch in der Season seid. Weil Eternal und Season können nicht zusammen interagieren und zusammen spielen. Man muss natürlich auch dazu sagen, ihr seid ja nicht gezwungen, eine Entscheidung direkt am Anfang zu fällen. Die Season geht fast drei Monate lang. Ihr habt in den drei Monaten Zeit, auch in die Season reinzuschauen. Ihr könnt also durchaus auch wochenlang im Eternal spielen und dann sagen, okay, jetzt gucke ich mal in die Season rein, ziehe einmal die Season Journey durch und schaue mir an, was es in der Season neu gibt. Da seid ihr natürlich komplett frei in eurer Entscheidung. Wenn ihr mich nach meiner persönlichen Meinung fragt, ich bin gar kein Fan vom Eternal. Da hat sich meine Meinung extrem geändert. Das war vor Season 1 mit meinem Start in Diablo 4 noch ganz anders. Damals habe ich nicht den Reiz von Seasons verstanden. Ich werde auf jeden Fall in Season 4 gucken. Ich habe ja natürlich auch hier mit dem Clan die ganzen Leute dabei, die eventuell mit mir zusammenspielen wollen. Und die werden auch zu 95% in der Season spielen. Bedeutet, ich muss in Anführungsstrichen ja schon fast die Season spielen. Ich will aber auch unbedingt die Season spielen. Die Season Journey mit dem Funken und dann auch mit dem Battle Pass. Das reizt mich da schon. Und natürlich auch die Sägen, die einem extrem helfen, um die Glyphen zu boosten. Dass ich dich nicht vorbereiten kann mit dem Bossmaterial und so, das ist mir eigentlich egal. Ich habe eigentlich ziemlich Bock, auf Weltstufe 1 und auf Weltstufe 2 komplett die Höllenflut durchzugreiten. Aber schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Werdet ihr, wenn die Season 4 rauskommt, am 14. am Dienstag um 19 Uhr in den Eternal schauen? Oder werdet ihr sofort mit dem Season Character starten? Und dann würde mich auch interessieren, mit welcher Klasse startet ihr bei mir? Da wird es ja sehr wahrscheinlich wie immer der Druide. Und vielleicht bringe ich da demnächst auch noch, bevor die Season startet, den Bild raus, den ich da versuchen werde zu spielen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Würde mich sehr freuen. Ein Like auf dem Video da lassen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal, Leute.